Hey Leute, ich bin Tom und herzlich willkommen hier zurück im Wald. Wir werden heute weiterbauen hier an unserer Werkstatt, beziehungsweise werden wir heute den Boot für die Werkstatt bauen. Ich habe mir bewusst ein paar Tage dafür Zeit genommen, um mal zu überlegen, wie ich den Boden jetzt gestalte. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall einen rustikalen Holzboden reinbauen, der allerdings gedämmt ist. Das Baumaterial steht hier hinten schon bereit und ich muss ganz ehrlich sagen, es war gar nicht so einfach, wirklich gutes Holz zu finden, was rustikal aussieht und noch die entsprechenden Abmessungen hat. Die Holzdielen sind jetzt 3 cm stark, 16 cm hoch und 3 m lang. Und wir werden heute mal probieren, den Fußboden für unsere neue Werkstatt hier hinzuzimmern. Der Plan ist als erstes, dass ich hier eine kleine Auskantung an den Fundamentpfosten vornehme, so dass ich letzten Endes diese Diele hier gegenschrauben kann und sie aber nichtsdestotrotz noch auf dem Fundament steht. Das werden wir jetzt erstmal probieren, hier an allen vier Seiten zu machen, so dass wir schon mal die rechteckige, beziehungsweise die quadratische Fläche von 3 x 3 m erreichen. So, dann werden wir nochmal sehen, ob das funktioniert hat. Ich glaube, jetzt erkennt ihr ganz gut den Plan, den ich habe. Diese Bohle, die liegt hier einmal auf dem Stamm hier unten und kann hier dann durch Schrauben fixiert werden. Die andere Bohle kann ich dann hier ansetzen, hier wieder verschrauben, beziehungsweise muss ich hier noch was rauskanten, sodass ich sie dann auch hier verschrauben kann. Und dann kriege ich rucki zucki mein gesamtes Bodenfundament, beziehungsweise meine Bodenuntergrundkonstruktion gebastelt. Beziehungsweise meine Bodenunterricht, sehr sehr gut die äußere grund konstruktion steht jetzt soweit erst mal alles ist hier unmittelbar auf einer ebene es ist gut verschraubt und schon richtig richtig stabil im nächsten schritt werde ich jetzt noch vertikale leisten einziehen so dass die untergrund konstruktion bestens für die dämmung ausgelegt ist und noch ein bisschen mehr an stabilität gewinnt am meisten bin ich irgendwie hier drauf stolz dass dieses brett sich einmal wie so eine schlange durchschlängelt und von verschiedenen seiten aus begrenzt ist und das ist meiner meinung nach das next level von dem ich immer erzählt habe im nächsten schritt muss ich jetzt so ein paar segmente einteilen weil diese drei auflage positionen reichen natürlich nicht darum werde ich jeweils noch in der mitte von den zwei feldern hier das ganze noch mal teilen und schön mit einer querverstrebung verbinden so dass ich dann hier auch eine gute wirklich eine richtig solide untergrund konstruktion für den boden habe beziehungsweise auch gleichzeitig die halterung für die usb platten und die dämmung ich werde die balkenschuhe hier zur hilfe nehmen an dieses brett schrauben weil dann habe ich gleich eine schöne halterung für die weiteren bohlen die basis haben jetzt nur geschaffen und nun geht es wirklich ganz eingemachte denn ich hatte euch erzählt dass der boden hier auf jeden fall dieses mal gedämmt wird und ich kann euch schon mal so viel sagen ich habe das noch nie gemacht und heute ist mein allererstes mal hier wirklich einen boden richtig zu bauen und denen auch noch zu dämmen naja ich sag mal so die basis ist irgendwie fertig und jetzt packen wir die usb platten drauf und dann schauen wir mal wie das ganze zusammen aussieht und ob das überhaupt hält und dann schauen wir mal wie das jetzt kommt so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die USB-Platten liegen jetzt hier in der Konstruktion drin und bilden halt das Fundament für die Dämmung, die jetzt gleich kommt. Und einige werden sich sicherlich gefragt haben, warum hier noch so viele Spalte sind. Ist das überhaupt richtig? Meiner Auffassung nach ist das richtig, damit hier im Unterboden auch noch eine gewisse Luftzirkulation stattfinden kann. Ich meine, klar, am nächsten Schritt mache ich jetzt hier diese Dampfbremse rein. Aber nichtsdestotrotz muss ja auch das Wasser, was sich hier zwischen der Platte und der Dampfbremse letztendlich sammeln, auch noch weg können. Das ist jetzt hier die Dampfbremse und die werde ich jetzt hier mal antackern und dann schauen wir mal, wie das Ganze zum Schluss so aussieht. Es ist halt gar nicht so einfach. Leute. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Irgendwo muss ich anfangen. Gut, wir machen das jetzt so. Hier haben wir ein bisschen Überlappung drin, das ist schon mal gut. Hier auch. Na dann. Dann sind wir, wie auch hier. Das war's für heute. Ich glaube, das hat schon mal ganz gut geklappt und die Dampfbremse ist jetzt hier schon mal angetackert und die einzelnen Bahnen miteinander verbunden und ich glaube insgesamt hat das hier ganz gut funktioniert. Jetzt wird es natürlich richtig spannend, weil nun kommt tatsächlich die Dämmung und ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Die Dämmung ist drauf und das Ganze hat gerade mal 15 Minuten ungefähr gedauert. Jetzt geht es weiter mit den Bodendielen und da bin ich mal sehr gespannt, wie das zum Anschluss aussieht. Und dann geht es weiter mit dem Bodendielen und da bin ich mal ganz gut. Und dann geht es weiter mit dem Bodendielen und da bin ich mal ganz gut. und dann geht es weiter mit dem Bodendielen und da bin ich mal ganz gut. Und es ist vollbracht. Das ist die Plattform für unsere neue Werkstatt hier im Wald. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich bin, weil auf das Ergebnis bin ich tatsächlich richtig stolz. Es ist übrigens Absicht, dass die Folie hier so ein paar Zentimeter übersteht, weil die wird zum Schluss mit der Konstruktion der Werkstatt dann verbunden, sodass die ganze Hütte dann entsprechend geschützt ist. So, erster Belastungstest. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Oh, ich feiere das. Eine richtige Plattform hier auf einmal. Und ey, wenn hier erstmal alles fertig ist, das wird mega, mega gut. Das ist dann übrigens die Sicht zur Lichtung und ich glaube, damit kann man arbeiten. So, das wird die Werkstatt werden, Freunde. Können wir so euch in Form stehen? Ich finde es mega. Auch von den Abmaßen her hat das, glaube ich, eine richtig schöne Größe. Ich freue mich, wenn ihr jetzt meinen Kanal abonniert und am nächsten Samstag um 8.30 Uhr wieder mit am Start seid. Ich wünsche euch bis dahin erstmal eine schöne Woche. Macht's gut, habt eine coole Zeit. Bis dann. Ciao.